Musik Willkommen zur Premiere von Gourmet Fleisch Insight. Wir sind unterwegs mit Burkhard, Timo und Yannick. Unsere Fleischexperten sind mal wieder auf Weltreise, um ganz besondere Highlights für unsere Fans zu entdecken. Cooler Job. Letztes Jahr waren wir in Amerika, in Colorado, in Denver und sind als US-Beef-Ambassador zurückgekommen. Dieses Jahr hat es uns nach Japan verschlagen, um dort als Veggio-Experte ausgebildet zu werden und damit natürlich auch zurück nach Hause zu kommen. Im März 2019 geht's in die Region Kagoshima. Hier findet man die original japanischen Veggio, die edelsten und teuersten Rinderrassen der Welt. Aber jetzt mal von vorn. Ich frage mich einfach, weil ich sabbe los und wenn das nicht passt, sage ich einfach. Dann mal los, Timo. Wir wollen unseren Kunden natürlich auch was Besonderes bieten, wenn sie sich mal was ganz Besonderes gönnen wollen. Und haben den Weg nach Japan auf uns genommen und dort halt wirklich das feinste und teuerste Fleisch der Welt zu kaufen und aber auch vorher zu begutachten und diese Geschichte halt nach Hause zu bringen. Von den Farmern und Betrieben am anderen Ende der Welt gibt's eine ganze Menge zu erfahren. Wie sind denn eure Kollegen in Fernost so? Ich hab's mir ehrlich gesagt etwas hektisch dort vorgestellt, aber alles passiert in absoluter Ruhe. Ein sehr höflicher Umgang miteinander. Gleich bei der Ankunft ist klar, hier geht es sehr entspannt zu. Auch in den Ställen. Die Rinder stehen friedlich in ihren großen, offenen Boxen. Sommer und Winter immer komfortabel geschützt. Und das wollten unsere Jungs sich alles mal genauer anschauen. Wer sind unsere Ansprechpartner? Wo stehen unsere Tiere? Wo kommt unser Fleisch her? Das sind ganz wichtige Punkte, die wir einfach wissen wollen. Ganz wichtig ist die Genetik. Die Rinder werden halt die Ställen gehalten und werden sehr gehalten von Getreide gefüttert und dadurch setzen sie dann Fett an. Und wie ist es mit der sagenumwobenen Luxusbehandlung? Klassische Musik vor Ort haben wir nicht gehört, aber wir konnten beobachten, wie die Rinder sich ein Bier gegönnt haben. Ach, hör doch auf! Es geht eben etwas anders, du, in Japan. Dass die Fleischqualität schon bei der Aufzucht anfängt, gefällt unseren Gourmet-Fleisch-Experten sehr. Ein Anspruch, der verbindet. Beim Dinner mit den neuen Freunden fällt sofort auf, Japaner genießen ihr Fleisch sehr bewusst. Also der Japaner isst ein Stück Rindfleisch, ganz anders als wir es gewohnt sind. Japaner essen Fleisch als Beilage. Ganz kleine Portionen, aber allerhöchste Genussstufe. Die essen ihr Fleisch in ganz feinen Tranchen geschnitten. Dazu ein leckeres Gemüse, maximal 100 Gramm pro Person und das reicht völlig aus. Auch da liegt das Geheimnis. Qualität statt Quantität. Ein 300 Gramm Veggie-Steak ist unmöglich zu essen. Das wäre so, als würde man eine ganze Staffel Pralinen kaufen und die mit einem Mal aufessen. Fazit? Niemals ein ganzes Veggie-Steak alleine essen, sondern am besten mit guten Freunden teilen und genießen. Und das passt auch perfekt zur Philosophie von Gourmet-Fleisch.de. Wir möchten unseren Kunden nicht einfach ein Stück Fleisch verkaufen, sondern wir möchten ihnen Qualität verkaufen. Ein Lifestyle. Ihr erreicht mich persönlich, ihr erreicht aber auch meine lieben Kollegen, die natürlich allergleichermaßen im Thema sind und alle hier eins zu eins gleich gut beraten können. Na dann, herzlichen Dank für den Blick hinter die Kulissen und guten Appetit. Und in der nächsten Folge Gourmet-Fleisch.de Get-Together 2019 Seid dabei, wenn wir mit unseren Grillmeistern und Foodbloggern bei Sternekoch Anthony Sapong die Grillsaison eröffnen. Wir freuen uns auf euch. Mmh-hmm-hmm-hmmm Mmmh-hmm-hmmm Mmmh- Triple Spit Mmmh-hmm Mmmh-hmm-hmmm